Das hier ist für Knorri und Mr. Berger. Wir vermissen euch ganz doll. Hey ihr da oben, könnt ihr mich hören? Wir werden euch niemals vergessen. Hey ihr da oben, könnt ihr mich hören? Ihr wart und seid die Besten. Hätt ich ne Zeitmaschine, würd ich es ändern, dass Sio vorbeikam und euch euer Leben nahm. Hätt ich ne Zeitmaschine, würd ich es ändern, für Mr. Berger und Knorri mein Pferd, ja. Doch wir geben niemals auf und nehmen es in Kauf und würden Sio es verzeihen. Und wenn er mal vorbeikommt, spielt ihm diesen Song und sucht bei ihm nach Menschlichkeit. Ihr werdet sie nicht finden, nein, 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 er will sich nie entschuldigen, nein, 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 er sagt niemals die Wahrheit, nein, 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 er ist einfach ein Monster, wie kann man nur so sein? Sio, du hast uns alles genommen. Mr. Berger, den besten Hund der Welt und Knorri, das Skelettpferd mit 0,1% Spawnchance. Du Monster.